Moin Leute, hier ist Was bewegt? Deine evangelische Jugend im Kirchenkreis Heidensleben Wolmischel. Moin moin, würde man in Hamburg sagen, aber ich bin ja nicht in Hamburg, sondern ich bin in Heidensleben am Hafen. Und ihr fragt euch, hä, wieso steht ihr jetzt am Hafen? Ich dachte, da kommt ein Musikvideo. Richtig, das kommt auch noch, weil es ja ein Lied von uns ist. Das erkläre ich aber gleich. Ich stehe hier am Hafen, weil ich hier frei sein kann, weil ich hier den Schiffen hinterher gucke, weil ich meine Gedanken schweifen lassen kann, weil ich meinen Kopf frei kriege und weil ich daran denke, wie ich vielleicht mit einem kleinen Boot auf einem See unterwegs bin und Gott ganz nah sein kann. Deswegen habe ich diesen Ort ausgewählt. Ja, wir wollen mit euch das Lied so frei vergolden, könnte man sagen, also das, was wir mit Sophia und Friedi auch in der Osternacht gesungen und gespielt haben. Und ihr habt die Möglichkeit, euch einen Ort zu suchen, wo ihr frei sein könnt und uns ein Video davon zu schicken. Und wir schneiden das einfach in das Lied rein. Unsere Idee ist, dass wir alle als Community dieses Lied zusammen feiern, zusammen singen, tanzen, was auch immer ihr machen wollt. Und wir probieren dann, das da reinzuschneiden. Ihr könnt natürlich auch mitsingen. Im Refrain haben wir überlegt, können wir einen riesengroßen Chor machen, wo alle mitsingen. Und Hauptsache laut, egal ob es richtig ist oder nicht, Hauptsache ihr singt mit. Und in der Strophe können wir vielleicht andere Sachen einblenden, die ihr macht, Leute, die nicht gerne singen wollen. Die können zum Beispiel tanzen oder irgendwas anderes gestalten und davon ein Video machen. Wichtig ist nur, dass ihr ein Video habt und kein Foto. Sondern, dass wir ein bewegtes Bild haben. Und dann schneiden wir das irgendwie zusammen und am Ende kommt ein mega Video bei raus, ich bin mir sicher. Jetzt kommt erstmal das Video und wie ihr das alles macht nachher, wie ihr das zu uns sendet und so weiter, das erkläre ich euch gleich. Jetzt guckt euch erstmal das Video an, das könnt ihr gleich als Vorlage nehmen und schon mal mitsingen. schreiben erweist deine name sehr Als ich niederhör' mir zu, denn das, von dem ich dir erzählen will, sich ohne Belang. Ist egal, ob du gerade so bist, oder ob du Freude tanzt, lass dich von mir verführen, in deinem Land bist du nicht ganz so weit. So schön fühl' ich mich an diesem Ort, so weit. So schön fühl' ich mich an diesem Ort, so weit. So schön fühl' ich mich an diesem Ort, so weit, so schön. Du kannst den Ort nicht fühlen, du kannst das Land nicht sehen dabei, liegt es vor dir nur nicht sichtbar, du könntest darauf stehen. Wie fühlst du diesen Trang nach draußen, fernst du meinen Ort, und komm nach vorne, schützt die Ohren, fühl' nur den Lied, so weit. So schön fühl' ich mich an diesem Ort, so weit, so schön. Fühl' ich mich an diesem Ort, so weit, so schön. Du fühl' ich mich an diesem Ort, so weit, so schön. Du hörst die Musik und du hörst das Land, Du hörst für den Beat und du denkst allerhand, Es kann auch nicht alles sein, schnitt ist ja klar, Du kannst es nicht sagen, was du fragst. Der Ort ist voll wärmer, das ist langfalle Liebe, Der Wind ist schwer, das ist ein Traktive, Du bist so schwer und so schön, so weit, so schön. Fühl ich mich an diesem Ort so frei, so schön So frei, so schön, so frei, so schön So frei, so schön, so frei, so schön So frei, so schön, so frei, so schön So frei, so schön So frei, so schön, fühl ich mich an diesem Ort so frei, so schön Fühl ich mich an diesem Ort so frei, so schön Fühl ich mich an diesem Ort so frei, so schön So schön fühl ich mich an diesem Ort Ja, das war das Lied und jetzt seid ihr dran Euer Video dazu zu packen, zu dem was schon da ist Damit es ein mega cooles Projekt wird Ja, filmt euch einfach bei dem, wo ihr euch frei fühlt Ihr müsst auch nicht selber drauf sein Ihr könnt auch irgendwie, was weiß ich, eure Hand zum Beispiel filmen Beim Malen oder so, je nachdem was ihr gerade machen wollt Macht das einfach und schickt das uns Wie es genau funktioniert, findet ihr unten in der Videobeschreibung Wichtig ist nur, dass ihr euer Handy vertikal, also hochkant nehmt Ja, damit wir das gut verarbeiten können Und was muss ich noch sagen? Ach ja, die Datenschutzerklärung Ja, das kriegen wir auch noch irgendwie hin Weil eure Eltern müssen natürlich erklären, dass es okay ist Dass ihr öffentlich zu sehen seid auf YouTube Ja, aber das ist ja kein Problem Das schaffen wir schon irgendwie zur Not Ruft ihr uns einfach an oder ihr schreibt uns auf WhatsApp Und dann schaffen wir das irgendwie Jo, viel Spaß beim Drehen des Videos Und bleibt gesund, bis denn, macht's gut Ciao 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 Intro Untertitelung des ZDF, 2020